Eine bestimmte Variante der Abwehrspieler besonders frustriert, ermöglicht dem Angreifer den Pass nah am Kopf des Gegenspielers vorbei zu spielen. Damit dies gelingt, muss zunächst eine Täuschung erfolgen, um den Gegenspieler seine Hände senken zu lassen. Ein Weg ist es, einen Bodenpass anzudeuten, den Ball aber mit dem Handgelenk über den Kopf des Abwehrspielers hinzuschicken. Der Pass benötigt exzellentes Gefühl im Handgelenk und stellt einen überraschenden Spielzug dar.